Melia ist eine Gemeinde des Daira Melia im Bundesstaat Cizel. Es ist zweitgrößte Stadt des Bundesstaates. Sein Name geht auf drei Geschichten zurück. Die erste ist, dass die Leute von Mila zum Stamm von Aulet Aydoun gingen, um in der Gegend einzukaufen. In der zweiten Geschichte wird eine rechtschaffene Frau Menschen vor Magie und Krankheit behandeln und wird nach ihrem Land El Melia genannt. Der dritte wird von Richter Benini vertreten, der das Gebiet wegen der Beschaffenheit seines abfallenden Geländes El Melia nannte.